genau die tür wird erstmal keiner reinkommt ich wollte ja irgendwie noch schlafsack gehen das ist jetzt erstmal so was ist denn das nächste sleeping bag 3 den will ich brauche ich würde ich erst mal zumindest sicher bin oder das bett oder irgendwas in die richtung die klotten vielleicht die tür kann hier noch punkte will wie sachen ich brauche um hier zu überleben holz da sagt der mut mit auf ich finde schon mal praktisch so hier im wasserloch kann mich immer nicht nicht so viel umbringen was bist du ich mir das gib mir das silk da war ein bisschen silk drin so jetzt kann ich schon mit männer obwohl die ist eigentlich noch jut die kann man wo ich nicht operieren ein bisschen holz sammeln kiste oder so irgendwie aus wie die kiste bräuchte mal so da ist das level alles klar noch mal fort tut ich glaube das ist gar nicht so schlecht hier in der gegend so ich habe acht punkte ich würde sagen für den notfall kann ich wahrscheinlich gar nicht leisten muss ich nachher wahrscheinlich irgendwie das ist einfach hier ist das simple bett das kostet acht punkte in die tür auf jeden fall damit ich mich verstecken kann und dann hört es schon auf noch gunpowder narcos richtig clay hallo mirko 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 schuldigung mirko jetzt habe mirko gesagt ich meine natürlich mirko schön dass du es hier her gefunden hast auf den kanal ich bin gerade hier am verzweifeln und am versuchen zu überleben habe schon mal wasser gefunden sprich ich bin eigentlich gut ausgestattet es läuft nachdem ich ungefähr 20 mal gestorben bin so gib mir jetzt die tür ich hab's geahnt ich brauche heid dann muss ich wirklich auf die jagd gehen und ich bin überlastet ist auch auch traumhaft nichts zum lagern so wie holz ich hab nichts zum lagern das gibt es nicht muss irgendwas gäste also ich auch nicht traumhaft traum wird wahr so tür haus ist fertig gut nacht so ich schlafe jetzt nein natürlich nicht geht weiter es geht jetzt bist du da kann ich irgendwas schon töten so ein arschwasserkäfer vielleicht es ist mir auch noch kalt sich den ernst und jetzt feuerchen an die cooking wir haben mich einfach das zeug hier rein sind kalt jetzt warum ist das kalt wir sind in der fucking wüste und was bist du richtig um kalt ist wirklich kalt ist er ja nicht die wüste speichert keine wärme jetzt muss ich mich da ohne gedanken machen verdammte nacht was bist du da ich bin doch nicht tot ich bin doch nicht tot brauchst du mir noch nicht fressen so es ist wirklich kalt das gibt es gar nichts mehr ist mein haus auch kalt nö hier geht's hier lässt sich aushalten guck mal wenn das feuer aus ist geht's dann auch nicht zu viel aufmerksamkeit hier regen für die eingangs nicht tue zu ist kalt ne alles klar perfekt so schauen wir mal wir haben ein paar steinchen können natürlich machen was zum teufel war das das kai angehört macht das feuer wieder an hau ab ich habe mit euch nichts zu schaffen will von euch nichts naja ungefähr 30 minuten halbe stunde stein mich jetzt schon so circa das ist echt kalt man noch mehr level ich sterbe hier das ist dunkel ich bin ganz alleine das ist kalt das ist sehr sehr kalt heran oh es ist wirklich arschkalt ok ich muss rein ah gott es wird richtig kalt da draußen hi eric schön dass du es gefunden hast hier auf dem kanal so es ist immer noch kalt es wird nicht besser selbst in meinem häuschen ist es kalt Hilfe zerfriere ich hier auch noch ach man das ist doch nicht schön ich will nicht erfrieren was ist mit dir los hau ab mein feuer komisches känguru ähnliches ding das mag mein haus das hat sich mein haus gesehen und dachte sich mensch da komme ich mal vorbei schau mir mal was der typ da so hat hat entdeckt das ist hier alter ist das kalt gott das ist nicht gut das ist absolut gar nicht gut ach der spielbeer hat sich auch hergefunden moinsen grüß dich tipp der werden fast sofort getamed sie müssen nur vier bis fünf mal fressen und dann sind sie fertig morella tops was sind die morella tops sind das diese känguru ähnlichen teile hier ich kenn mich mit den namen echt gar nicht aus du da bist du das ne du bist ein popcorn mann popcorn ähnliches Vieh und was mit popcorn ja das spielbeer ist auch da läuft bei dem hohen besuch hier ich verneige mich mir ist kalt gib mir doch mal ein paar tipps was ich hier so als erstes machen kann am besten das wäre ganz praktisch oder sollte vielleicht als erstes machen sollte und dann kämpfe ich mit der kälte mitten in der nacht was bist du da für einer ach du bist ein geier Wulter zu dunkel stirb aua ok das war keine gute idee das war gar keine gute idee naaa scheiße der war nur level 3 wir konnten nämlich töten verdammt so ein scheiß ist mir kalt und ich seh nichts scheiße sorry Leute das war das ist nicht so gelaufen wie ich mir das vorgestellt habe ok hoch alles klar jetzt muss ich einfach wieder die override meine basis wiederfinden so ein scheiß Aber die war hier hinten irgendwo. Glaub ich. Hi, hi, hi. Ja, der Geier hat mich gegeiert. Das ist gar nicht so einfach. Das hätte ich nicht erwartet. Das hätte ich nicht erwartet. Nicht von einem Level-3-Geier. Was ist denn du? Hallo. Mann, 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 ey. Das ist hart. Das ist echt hart hier. Und es ist nur noch kalt. Das ist ein fucking Geier. Hatte mich echt niedergemacht. Und ich sehe wieder nichts. Das ist so ein Arschkäfer. So ein Arschwasserkäfer. Guck mal hier. Ich will mal an dir rumsaugen. Komm. Vielen Dank. Hau ab. Ich bin fertig mit dir. Ich bin einfach nur fertig mit dir. Sag mal, die Kaktus-Saps und Sand bau den Mörser und bau den... Warte, boah, okay. Mörser, Sand und Kaktus-Dingers. Okay, alles klar. Das muss ich bestimmt aber erst mal lernen, oder? Diese komischen Sand-Dinge, diese komischen Wände. Dann kann man bestimmt Clay dann machen, ne? Das hat bestimmt irgendwas mit dem Clay zu tun. Ich bin schon aus. Irgendwo da... Ah, da. Das brennt. Das brennt noch. Hallo, Feuer. Ich komme. Lauf nicht an zu strahlen. Ich hab nix getan. Lauf damit. Guck mir nicht an. Lauf damit. So. Oh, tu ich mir bestimmt weh. Ne. Ah. Oh. Irgendwie hier bin ich ja letztes Mal runtergekommen. Mein Stream hängt nach. Sorry. Kein Problem. Kein Problem. Ist ja auch alles hier ein bisschen mit Übertragungsfehlern. Beziehungsweise ein bisschen verzögert. Ich weiß nicht, komm ich hier runter? Ich sterb doch hier bestimmt. Das sieht nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus. Kein guter Weg nach unten. Hm. Fog ich hier ein bisschen hin. So. Hier runter. Hopp. Vorsichtig. Ganz vorsichtig. Vorsichtig. Ah. Okay. So, du Mistgeier. Hat er mich abgegeiert, ey. Das gibt's doch ja nicht. So ein kleiner Scheiß Geier Level 3. Das kann doch nicht sein. Echt unfähig. Mein Zeug liegt da noch. Nee, hat er das nicht gefressen. Ja, du. Hässliches Mistvieh. Das krieg ich noch. Das kann doch nicht sein. Mann, Mann, Mann. Hörst du kacken. So, wo ist mein Zeug? Nee, hinten auch wohl verriegt, ne? Da. Oh, jetzt bin ich noch mal. Take all. Meine Wasserhäuser. So. Da sind wir wieder. Zurück zu den Basics. Würde ich sagen. Hm? Hm. Okay. Ich möchte die auch hier ausschalten. Die sind lustig. Diese kommen Lichtstrahlen, sagt er. Der Spielbär. Kann man ausschalten. Ausschalten. Aber die waren irgendwie witzig. Mal gucken. Kann ich hier ausschalten. Bis jetzt nerven sie noch nicht so dolle. Ach so. Okay. Ja, ich spiele auf Standard. Nehme ich mal an. Also ich habe jetzt nicht viel verständlich. Ich habe jetzt nur die Timing-Rate ein bisschen hochgedreht. Und habe, äh, ich glaube, noch irgendwie den Nachtzyklus ein bisschen schneller gemacht. Weil es nicht ganz so dunkel ist die ganze Zeit immer. Weil sonst habe ich eigentlich nichts gedreht. Also das können die ja echt noch ein bisschen. Also ich habe jetzt nichts großartig gemacht an Einstellungen. Ich habe mir gedacht, ich nehme das mal so wahr, wie es, äh, quasi Standard ist. Nicht Standard. So. Ich bin viel zu voll. Muss irgendwas los werden. Das ist bestimmt nur überhaupt nicht wichtig hier. Warum habe ich eigentlich keine Klotten mehr? Oh. Verdammt. Weg. Kann ja jetzt auch versuchen, ein bisschen zu leveln, indem ich ein paar Foundations oder so mache. Hm. Hm, hm, hm. Weg. Weg. Stopfe ich ihn mal rein. So, Sand. Sand habe ich schon. Kann ich hier schon irgendwelche Foundations machen? Wo wandern die? Was brauche ich denn dazu? Ein bisschen Holz und wieder ein bisschen Tetsch. Tetsch-Holz. Tetsch und Holz. Das sollte kein Problem sein. Obwohl es ein bisschen Baummangel hier gibt. in der Ecke. Alt genug, so arg. Ich habe euch ausgeschaltet. Äh. Alt genug. Jetzt wird hier schon wieder das Spiel wie ausgefragt. Finde ich auch gut. Witzig. Wir freuen uns nicht. clearly an uns. Wir schauen uns. Wir nehmen uns. Vielen Dank.